Musik 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 Mein Name ist Samus Schoen. Ich arbeite bei der Stadt Lützeburg als expeditionäre Technik am Placier Platzmeister. Meine Aufgabe besteht darin, Plätze zu füllen, zu schalten, zu kommen, den Auflauf vom Montage zu organisieren, zu gucken, dass die gleiche Karawanden nicht durchkriegen. Musik 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 Das geht durch. Im Plan kannst du gucken, okay, das geht durch, mit dem Platz, mit dem, mit dem, mit dem. Aber du musst dich auch darauf ersetzen können, dass ihn virtuell über den Platz trippelt und dich auch vorstellen kann, wie, wer, wo steht. Du musst dich schon ein bisschen Vorstellungskräfte auf den letzten Jahren. Das ist relativ ganz wichtig. Und dann muss ich gerne mit Leuten gehen. Ich muss wirklich gerne sich mit Leuten beschäftigen und ganz offen sich für ganz viele Charakteren. Weil ohne das geht es nicht. Noch während dem Beruf läuft, zu gucken, dass alles funktioniert, wird funktioniert. Und du hast auch eine permanente Präsenz gefordert. Das ist immer ein Reiz dafür, die ganz viele Aspekte aufeinander zusammenzubringen und dass es dann auch wirklich klappt. Wo eine Win-Win-Situation ist, von den Visiteuren, sowie von den Vorgängen, von den Händlern. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig.